hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight streamer's reactions so und ja es ist wieder ein neuer skin rauszukommen der hey man dann gibt es noch eine harvester picke und einen neuen gleiter und es gibt noch einen neuen emotes den t-post jetzt gucken wir uns mal an wie die streamer darauf reagiert haben nope in the t-post yep why is that so creepy why is the t-post oh I'll wear the girl one you wear the guy one okay that's actually awesome awesome but also terrifying why does it make that noise oh immediately we're immediately okay okay I thought that was your last one nope no not no more no and the t-post yeah let's go creepy why are you wearing the guy one of the growing it's a meme you were the guy one okay sounds good that's actually awesome meow subscribe and see if you have a free twitch prime sub oh t-post oh my god I thought this was a meme what if we did a viewer's knife where we all went and t-post oh they added t-post oh my god they didn't even look at the animation krass they didn't even look at how the thing looks and they just bought it and hit that subscribe button and see if we have a free twitch prime sub that's really crazy uh 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 w and a left click come on what the hell brother what is this harvester hay nest what the hell need all right this skin's not for me let's see about the next one mmmmmmmmmm this one's not for me either I'm good let me see what other shit we got t-post guys look it's the site it's the site you've been looking for what the hell brother Ja, ich hab ihn. Field Race? T-Pose. Fuckin' him, brother. Did you see the T-Pose? Ja, ich hab ihn. What the fuck is that? Look at Lobby. What the fuck is that? What the hell? What are you supposed to be? Oh, a scarecrow. Yep. It's okay. What the fuck is this? For the five gifted subs, welcome you guys to the Electrolytes. We have a new item in the shop. Oh my gosh! Look at that! There's a scarecrow! Look at that! Okay, honestly, it's actually even bad. This actually isn't a bad guy. Oh my gosh! Her hair is actually kinda cool. Yeah, I got on purpose for the shop. Oh, I actually kinda like this. T-Pose? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! I'm buying that! Really got that! Yeah, everything is okay! Yeah, yeah! Oh my gosh! 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 Wow! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! That's kinda cool! I'm gonna buy the girl! Oh my gosh! Oh my gosh! Das ist auch geil, ne? Das Vogelhäuschen, ne? Das Vogelhäuschen, das tatsächlich keine Kokosuhr, das ist tatsächlich ein Vogelhäuschen. Und dann guckt dann so ein kleines Gespenst da draußen, ne? ich denke das war jetzt glaube ich die letzte reaction oder jetzt haben wir dann noch mal ein kurzes also echt ein legendäres finish von ja wir sind 33 clips ich weiß in welcher reihenfolge die jetzt sind auf jeden fall legendäre abschluss bei scissors also wahnsinn wieder das ding da gewonnen hat fangen wir einfach mal an dass man durchlaufen das ist ein problem vergleich und ich haben die jetzt erstmal du gezockt wir hatten ohne witz wir werden froh gewesen über solche gegner oder gleich kann man fast so sagen das kann man fast so sagen so das war jetzt auch was ich dachte ich habe schon getan ich dachte ich habe schon getan ich dachte ich habe schon getan ich dachte das ist alles noch nicht und jetzt geht es weiter er ist tot er ist tot das war auch krass das gerade einfach nur hoch bekommen und das ding ist hier ist echt legendär jetzt den abgang den holen wir uns doch noch gerade rein wie er gerade den abgang gemacht also das war echt alter vater das muss ich mir jetzt noch mal kurz geben hier im abschluss denn weil das war so sensationell wie heißt es was hast du gesagt diese fest auf so der jaja das haben sie in den chat reingeschrieben weil es war einfach nur crazy wie er sich das geholt hat sich echt mal reinziehen also vor der erstmal den hier jetzt den ein egal und jetzt wieder mit dem mit dem heißt darunter slide und sich den anderen holt das ist also dieser abschluss absolut also legendäre finde ich hier würde ich sagen ja wenn es euch gefallen hat dann dass man daumen nach oben da was haltet ihr von dem neuen skin was haltet ihr von dem von den neuen picke und dem neuen gleiter und im neuen mode ja dann bist du so auf tsm dekwarn auf dekwarns seite soja ich finde sie ziemlich geil aber wir machen jetzt auch noch mal unser shop video ja wenn es euch wie gesagt wenn so spannend dass man daumen nach oben da schreibt was in kommentare aber nicht den kanal fast noch nicht getan haben soll dann schauen sich mal damit wieder heißt fort nahe den ich habe niemals mit mir dem herrn sofort manchmal mit dem herrn klar mit mir dem herrn gleich manchmal wir werden sofort so rum oder eben vor und ein action mit dem herrn sofort haut rein macht's gut bis dann und tschüss